Bist du ein Maker und interessierst dich für 3D-Druck oder coole Projekte, die man mit einem Raspberry Pi oder einem Arduino umsetzen kann? Dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Ich bin die Maggie, die Gründerin von Makorama. Deine Anlaufstelle für Filamentproben, Filamente aus aller Welt und alles rund um das Thema 3D-Druck. Ich zeige dir hier auf diesem Kanal kostenlos jede Woche coole Projekte, wie dieses Matrix RGB LED-Panel hier. Also drück den Abo-Button und aktiviere die Glocke, damit du automatisch in Zukunft benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Projekt starte. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, happy printing!